Hallihallo. Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft. So, jetzt seh ich das Mikro ein bisschen zu mir. Kann sein, dass ihr jetzt komisch, dass ihr euch schon gehört habt. Aber das macht ja nix. So. Jetzt spinnen wir da mal rein. Und machen die Musik leiser. Irgendwann hab ich das Gefühl, dass die immer, nachdem ich aufgenommen habe, immer richtig laut ist. So. Oh, jetzt ein bisschen? Gut. Also, ähm, wir haben stehen geblieben, ein paar Eichenholz zu farmen. Äh. Da ist noch ein Eichenholz. Bau. Uah, shit! Alter, hat der mich erschrocken. Oh, ich hab mich noch nie so erschrocken hier. Was hab ich eigentlich da gehabt, dass das ich außen Ende im Tal geschmissen hab, oder was? Ich hab das hinter dem Platz. Komisch, komisch. Okay. Auf jeden Fall hab ich... Oh, nice. Gibt es noch irgendwas hier? Okay. Neue Baum wachsen. Ich hüpfe mal hier durch die Gegend. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Und hier hin noch irgendwo. Zack, zack, zack. Hm. Ich glaub, das ist nicht so effektiv, wenn... nicht so effektiv, wenn die von oben alles getragen hat. Obwohl, warte mal, hier kann man auch was cooles machen. Ist ja alles so eigentlich fast auf der gleichen Höhe. Hm. Man kann einiges hier so machen. Hab ich so viel ne Schere dabei? Ne, hab ich nicht. Aber ich kann eine holen. Weil da könnten wir nämlich hier, wenn wir auch gleich die Bäume fällen, zum Beispiel da unten. Oh. Treff ich das Wasser? Ich glaub's nicht. Aber im Versuch ist das wert. Doch. Wow. Ich hab's geschafft. Ich hab den Zombie gehört. Hier irgendwo ist er. So. Da ist das. So. Ist wahrscheinlich hier ne Höhle. Naja. Ähm. Ja. Jetzt da rein ins Wasser. Und... Oh, ein Ei. Da ist unser Baum. Da kommt unser Lagerhäuschen hin. Äh. Okay. Passt. So. Jetzt geh ich schnell ne Schere hören. Und wir hören Tech Art von P&A Productions. Und hier brennt er schön weiter. Ich glaub das war das Eisen. Da ist die Schere. Da ist die Schere. Und auf hier. Da. 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 Bisschen muss essen. Und weiter geht's. Okay. Ähm. Ich hab vor. Also auf jeden Fall hier das Lager zu machen. Ähm. Das bisschen. Also in die Höhle wieder zu gehen. Und da sozusagen ähm. Eine kleine Mine zu graben. Weil ich brauch unbedingt Eisen. Ähm. Viel Eisen. Weil ich hab vor auch. Ähm. Da. Da hinten ist noch einer. Äh. Ich hab nämlich vor. Ähm. Eisengitter rum rum zu machen. Also als Glas. Zu sagen. Als Aussicht nach draußen. Ähm. Und es kommt ziemlich. Oh. Da ist eins kommt angefallen. Es käme nämlich ziemlich blöd. Wenn es so sozusagen hier ein ähm. Haus. Baumhaus ist. Baum. Schicke. Weiß was ich da. Äh. Baumhaus. Gott. Ne. Werkstatt. Ähm. Lagerhaus. Ähm. Und da kommt. Ist Glas. Also ich mag das nicht so. Das ist. Ey. Ist das ein Lager. Entweder das hat. What is this. Ach. Wieder hoch. Ne. Wieder hoch. Da spiel ich mich mit. Äh. Kriege ich noch genug Luft? Ja. Auf jeden Fall. Hier ist noch. Eine Höhle. Ach. Da ist es. Da ist Luft. Luft. Ah. Was wollte ich machen? Ach genau. Hier. Hier. Zack. 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 Es hängt hier fest. So. Ah. Es. Es ist mein. Blade. Vol. What? What? I'm doing here. Ernsthaft? Wie sind die hier drauf? Das ist eine Höhle. Und das Eisen auf jeden Fall. Habe ich Eisen schon gesehen. Okay, das merken wir jetzt mal, dass hier eine... Eisen... ... es war meinebar. Es ist eine kleine Höhle, in der wir Eisen farmen können. Behalten im Hinterkopf. Okay, ähm, hier. Plopp, plopp. Jetzt schlagen wir hier das ganze Zeug hier ab. Oh, jetzt hat's geleckt. Aber noch ein bisschen. Und da oben hab ich auch schon gesehen. Da ist ein Bäumchen zum Pflanzen. Äh, wo sind das jetzt? Ach, da ist es. Guck mal hier. Ähm, da ist auch was. Aber. Ganz eindeutig werden wir hier. Zack. Jetzt haben wir ganz viel. War ich grad ne Ratte? Oder was war das? Ja, das ist ne Ratten. Hm. Creepy. Okay. Oh, da ist ja einiges im Wasser. Hier sind ja anscheinend ein Moss. Höhlen. Höhlen und Moss. Okay, äh, nein. Oh, ich wollt's doch nicht abhauen. Jetzt haben wir eins verloren. Aha. Zack, 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 zack. Puh. Ja, Ratte. Wir hören dich. so zack zack war es das oder haben wir irgendwas vergessen da ist noch eins dahin geflogen ok wir werden jetzt auch bei uns hier im haus ein paar hin pflanzen und da die sonnenrote gehen wir so dass wir jetzt nach hause ein tipp aus sich noch kurz einsteigen kann ist was zum warum tauchen die jetzt schon auf warum ist er nicht verbrannt ich hab gedacht die verbrennt hat creepy creepy ist fertig kann ich mir schon mal ein eisbrustpanzer machen und eine hose hier zack und zack vielleicht sollte ich hier aber dass du das licht einstellen also anmachen ja die hier so wenn wir jetzt ganz schön ins bett gehen da bitte nicht so viele monster spawnen und rein ins bett und da ist ein schaf so guten morgen und runter hier das ach komm schon hier sind keine creeper da ist ein endermen da ist noch ein endermen zwei endermen 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 you are a endermen 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 ja mach ruhig ich hab noch die waren zwei oder sich vor lautet grün den grünen nicht vor lautet grün siehst du grünen ist das ein wolf? das ist ein normaler danke für den pelz das war handy da schreibt irgendeine whatsapp oh nein ein whatsapp in app der whats endermen 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 ja ja verarschen kann ich mich auch selbst okay okay so das macht das so und hier oben auch noch und da und jetzt von tipps und tipps und tipps und tipps und tipps okay und wir haben die reichen halsbretter jetzt werden wir erst mal 1 2 machen habe ich eigentlich ja fackeln habe ich dabei das mal so aus ich werde so machen dass ich erst mal außenrum auskleide alles und dann später da einiges wieder raus haue es ist umständlich aber meine güte ja es ist umständlich wie bist du hierher gekommen 12 minuten 13 irgendwie habe ich immer das gefühl aus irgendwelchen gründen ich weiß es nicht dass es hier irgendwie nach kfc gericht also hier bei uns jetzt gerade ich weiß jetzt nicht ob die nachbarn was haben oder ich hab Bock auf ks jetzt lagts ein bisschen so und hier und hier und da und der schaf ist ein schaf der schaf macht schafsgeräusche da hinten ist eins gewachsen da hinten ist eins gewachsen langt das oder soll ich noch ein solch noch länger machen also ich glaube das lang verdammt kopf gegen wandtauern ach komm schon eigentlich dieses gedacht das ist so machen zwei 2 2 2 2 2 2 2 und mal 2 3 richtig sollen wir eigentlich geplant? oh Gott ich bin blöd so das werde ich außenrum nochmals ziehen das ganze nochmal abbauen Das heißt, zack, 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 zack. Passt. Und hier. Hier, hier und hier. Das muss ich auf beiden Seiten machen. Toll. Ich zupi, hier hast du es gemacht. Hättest du nicht zweimal überlegen können, was du machst. Ey, jetzt, ernsthaft. Ah. Ich wieder, echt. Naja. Auf jeden Fall, wir machen so ein Lagerhaus in der Mitte. Also, ich werde jetzt auf jeden Fall alles ausschildern im Lagerhaus. Oder vielleicht werde ich sogar Bilderrahmen machen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ähm. Ja, so Bilderrahmen halt. Mit. Ähm, Gegenständen drauf. Das heißt jetzt, ähm. Wenn ich jetzt irgendwo, ähm, Eisen drin versteckt habe. Also, reingezahnt habe. Dann werde ich da ein Eisenband dran klatschen. Ähm. So ein Klatix. Ich. Eisen drinnen. Ja. Weil, ähm. Das Aufschreiben. Eigentlich könnte ich auch aufschreiben, aber mit den Bildern ist das besser. Ähm. Oh. Wir sind schon bei über 15 Minuten. Da werde ich jetzt noch das hier platzieren. Zack, zack. Und das. Das. Das, das. Und das und das. So. Ähm. Ja. Wir machen nichts. Dann machen wir das hier weiter. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge. Das war's. Ciao. Ciao.